Wer ist dieser Torres? Und was hat der Mann getan, um den Tod zu verdienen? Er ist ein Templer. Wie Rogers und Hornigold. Männer, die Pläne schmieden, wie sie das Observatorium missbrauchen kann. Für Macht und Kontrolle. Die Gewalt, die er damit ausüben würde, wäre subtil, aber schwerwiegend. Tödlich. Und doch spurenlos. Ergibt das einen Sinn? Weh, wenn es eine Dürre gibt und die Menschen Durst bleiben. Und ein Mann hat ein großes Fass Wasser und heilt es nicht. Er wäre ein Mörder ohne Blut an den Händen. Aye, genau so. Ich verstehe. Käpt'n überfordert! Warte, es ist etwas schattig hier, nicht wahr? Ich hätte Soldaten und dergleichen erwartet. Vielleicht sind sie schon fort? Nein, sie sind hier. Irgendwo im Dschungel. Sähen Sie sich für ein Arbeitserfassungsvolle? Ich möchte ihnen das haltieren. Ich habe mich aktuell auch nicht. Ich habe hier auf die Arbeitserfassungsvolle. Ich habe hier in der letzten Zeit erwartet. Ich wollte ihn nicht alles, aber ich bin es natürlich für ein Kerst!! Ich habe hier in den Händen. Ich habe hier in der Zeitung. Und diese Verkaufelung. Ich habe hier im Dschungel. Ich habe hier in die Flachstunde gesehen. Oh! Oh! Oh Sieh dir das an Sie kamen mit aller Grausamkeit, die sie besaßen Sieh, sieh, sieh Oh, 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 oh. Ah, 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 oh. Das ist ein Spanier. 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 Ah! Das war's für heute. 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 Wir hätten die Macht vernehmen können und all diese mickrigen Reiche in die Knie gezogen. Hier ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das war's für heute. Das war's für heute. Sind wir sicher? Das war's für heute. 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 Aber irgendwas ging's für heute. Das war's 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 für heute.